Musik Angefangen hat das ganze Projekt eigentlich damit, dass wir einen neuen Jugendplatz planen wollten und wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt einfach drauf loslegen, machen wir erstmal eine Bedarfsanalyse und haben sehr schnell gemerkt, egal wo wir sind, egal in welcher Gemeinde, die Jugendlichen fahren Fahrrad. Sei es Mountainbiken auf irgendwelchen Trails im Wald, selbstgebauten Trails im Garten, sei es auf dem Pumptrack mit dem BMX, auf dem Skatepark, wo auch immer. Ja, da haben wir schnell gemerkt, okay, der Sport ist richtig cool. Das Problem ist aber vielleicht, das kann sich nicht jeder leisten, weil es nicht der günstigste Sport ist. Und zusätzlich ist Mountainbiken auch doch teilweise ein bisschen gefährlich. Genau daran setzt Allrad an, dass sich eben auch die Jugendlichen des Mountainbiken gönnen können, die vielleicht einen schmaleren Geldbeutel haben und trotzdem auch von Anfang an eine coole Ausrüstung bekommen mit Schonern, Helm und allem drum und dran. Also was bietet euch Allrad? Allrad bietet euch die Möglichkeit, an coolen Mountainbike-Aktionen teilzunehmen. Ihr könnt mit eurem eigenen Fahrrad teilnehmen. Wir haben Fahrräder vor Ort, damit ihr direkt loslegen könnt. Und wir gehen zusammen auf Trails, wir gehen Bikepark, wir gehen auf Pumptracks. Und zusätzlich bieten wir euch die Möglichkeit, einfach auch euer Fahrrad und euch ein bisschen besser kennenzulernen. Das Ganze sicher anzugehen, damit ihr nicht frühzeitig schon verletzungen habt im Sport und vielleicht mit einem Bänderriss oder eben einem Bruch rausgeht. Sondern wir ermöglichen euch auch wirklich dann die Connections zu Leuten, die das professionell machen, zu Mountainbike-Lehrern, zu Profis und Fortgeschrittenen, die vielleicht auch in Vereinsstrukturen sind, die euch dann ein bisschen beibringen, wie springt man, wie nehme ich die Trails ordentlich mit, wie komme ich das sicher runter, ohne dass mir was passiert. Und dann habt ihr auch langfristig Spaß an dem Ganzen. Wie ist das Ganze möglich? Wir haben als unseren Kooperationspartner die Firma Messingschlager aus Baunach, die als Firma komplett Biken in all seinen Facetten lebt und atmet und für uns quasi die Connection ist auch zu allen Arten von Profis, so dass sie uns zum einen bei unseren Reparatur-Workshops, aber auch durch die Vermittlung zu Profis bei Skill-Trainings und anderen Aktionen unter die Arme greifen können. Und die Firma Messingschlager ist eben genauso wie wir an einer langfristigen Kooperation interessiert und es besteht auch die Möglichkeit, dass für talentierte Jugendliche, Praktika oder auch Ausbildungsplätze im Einzelhandel, also im Bike-Café bei Messingschlager oder in der Zweiradmechanik rausspringen. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt mitzumachen und ihr seid aus dem Landkreis Bamberg, dann schaut doch einfach mal auf unserer Insta-Seite vorbei. Unter allrad-bfa findet ihr unsere ganzen Termine und Infos zu unserem Projekt. Wenn ihr Lust habt, seid dabei, bringt euer eigenes Fahrrad mit oder leiht euch über unseren Bike-Pool einfach eins aus. Schutzausrüstung gibt es auch und wir freuen uns mit euch auf Tour zu gehen. Bis bald! 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 Bis bald!